Immer wieder lese ich Kommentare, die sagen, dass es so unverständlich ist, warum stille Menschen so oft Vorwürfe bekommen, obwohl sie doch niemandem schaden. Ähnlich klingen Wortwaldungen, die sagen, dass laute aufdringliche Menschen furchtbar nerven. Ist da was dran? Sind aufdringliche Menschen das größere Problem in unserer Gesellschaft als stille Menschen? Ich selbst war früher öfter mal anstrengend für andere. Komischer Humor, große Klappe. Ja, selbst als Introvertierte. Ich hab mich in die Rolle sogar noch hineingelehnt, denn so wird es ja erwartet. Damit fällt man auf oder bleibt in Erinnerung. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jemand sein will, dann muss ich dabei sein und nicht meine stillen, sondern meine lauten Stärken ausspielen. Und da hatte ich irgendwie auch recht. Laut und einschüchternd zu sein, ist ein Vorteil in der modernen Welt. Wir haben eine ganze Industrie geschaffen, die davon lebt, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Die Influencer-Szene. Aber auch in anderen Branchen spielt das Temperament und die Bereitschaft, sich aufzuspielen, eine große Rolle. Start-up-Investments hängen viel häufiger am Charisma eines Gründers als an der tatsächlichen Unternehmensidee. Politiker, die still und ordentlich ihre Arbeit machen, bekommen bei Lanz deutlich seltener einen Stuhl angeboten als diejenigen, die reißerische Überschriften liefern können. Ist es da wirklich ein Wunder, dass wir stilles Verhalten oft für falsch halten, während Aufdringlichkeit praktisch als Teil des Alltags akzeptiert wird? Zumal Aufdringlichkeit ja auch genutzt werden kann, um andere Dinge zu überspielen. Zum Beispiel Dummheit oder fehlenden Einsatz im Job. Wenn du der Mensch bist, der jedem auf den Keks geht, bist du auch der Mensch, den jeder kennt. Wenn es um Beförderung geht, ist dein Name auf jeden Fall eine Option. Einfach, weil du in den Köpfen der Leute einen Anwohnerparkplatz besetzt. Wenn es dir dann noch gelingt, Kompetenzen zu haben oder vorzutäuschen, kommst du weiter als viele andere. Das Schlimme ist, dass aufdringliche Menschen nicht nur im beruflichen Kontext als selbstverständlich angesehen werden. Ja, jemand, der immer eine Meinung zu deiner Arbeit hat und Tipps gibt, die völlig sinnlos sind, der kann nerven. Aber Aufdringlichkeit kann auch bedeuten, Körperkontakt herzustellen. Oder jemanden bloßzustellen. Nach persönlichen Angelegenheiten zu bohren. Das ist alles andere als harmlos. Denn jemand, der sein ganzes Leben schon gelernt hat, dass er mit Grenzüberschreitungen und Rücksichtslosigkeit durchkommt, der ist in der Regel kein guter Mensch. Wichtig, bevor es weitergeht. Manche Menschen verstehen soziale Hinweise sehr, sehr schlecht. Genau wie Introvertierte sich manchmal nicht zu bestimmten Dingen zwingen können oder wollen, haben lautere, extrovertiertere Menschen manchmal ein sehr natürliches Mitteilungsbedürfnis. Und zur Vollständigkeit gehört dazu, dass auch diese Menschen es sehr schwer haben können. In ihrer Kindheit werden sie oft als nervige Belastung wahrgenommen. Manchmal sogar von ihrer eigenen Familie. Es geht hier nicht darum, jeden, der sich gerne mitteilt und der viel Anschluss braucht, zu verurteilen. Es geht wirklich um diejenigen, die die Bedürfnisse anderer Menschen aktiv ignorieren. Und für mich ist es eben auch nochmal was anderes, ob jemand Kontakt ungefragt sucht und dabei nicht so richtig merkt, dass die andere Person keine Lust auf ein Gespräch hat. Oder ob jemand schon weiß, dass er jemanden nervt oder gar einschüchtert und es trotzdem weiter darauf anlegt. Nun habe ich ja praktisch gesagt, dass ich Aufdringlichkeit als Charakterschwäche verstehe. Dazu stehe ich auch. So wie Menschenhass manchmal eine pervertierte Extremform von Introvertiertheit und sozialen Ängsten ist, ist rücksichtsloses Aufdrängen der eigenen Bedürfnisse eine Extremform der Extrovertiertheit. Und so wie Menschenhasser manchmal uns Introvertierten einen antisozialen schlechten Ruf verpassen, sind die Rücksichtslosen ein ungewolltes, schlechtes Aushängeschild für die Extrovertierten. Natürlich gibt es auch extrovertierte Misanthropen und aufdringliche Introvertierte. Diese Kombinationen treten halt nur seltener auf. Für mich persönlich muss eine Charakterschwäche schon tiefer gehen als redet manchmal zu viel oder fragt ziemlich persönliche Dinge. Und da meine ich, dass das größte Problem ist, dass aufdringliche Menschen glauben, einen Anspruch auf die Zeit, Aufmerksamkeit und Energie ihrer Mitmenschen zu haben. Manche sagen das auch so. Wenn ihnen jemand nicht zuhört, werden sie sauer. Sie sprechen die Worte ganz plump aus. Du bist dumm, wenn du mir nicht zuhörst. Oder wie kannst du es nicht mögen, wenn ich meinen Arm um dich lege, ich bin das Beste, was du kriegen kannst. Sehr viele lassen sich aber nicht auf so direkte Aussagen ein. Sie wollen sich selbst ja nicht als aufdringlich sehen. Also verpacken sie es cleverer. Ich will dir nur helfen mit meinen Worten, also hör besser zu. Ich bin wirklich nett, du solltest lieber mit mir Zeit verbringen als mit anderen. Mir nicht zuzuhören ist voll gemein. Mir geht es doch so schlecht. Aufdringliche Menschen leben davon, dass andere keine Grenzen setzen bzw. die Grenzen nicht aktiv verteidigen. Wenn sie ein Stoppschild sehen, ist das für sie kein Hindernis. Sie beschweren sich darüber, dass es überhaupt dort steht und wie es aussieht und ach überhaupt, was soll denn das und das gilt doch nur für die anderen, richtig? Man kann so nicht durch das Leben gehen, ohne davon überzeugt zu sein, dass man immer etwas Wertvolles zu sagen oder zu tun hat. Wertvoll in dem Sinne, dass alles Gesagte mindestens mal ein Recht darauf hat, ausgesprochen und gehört zu werden. Das geht nur, wenn man den Wert für die Zeit anderer niedriger ansetzt als das eigene Mitteilungsbedürfnis oder die eigenen Handlungen. Und das kann ich unter anderem so deutlich sagen, weil ich auch die andere Seite kenne. Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie niemals einen Mehrwert bieten und niemals Aufmerksamkeit oder Zeit verdienen. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Jede Interaktion ist eine kleine Aushandlung. Wie stehen wir zueinander? Worüber wollen wir reden? Und muss es überhaupt einen Mehrwert geben? Mit besten Freunden kann man über alles und nichts sprechen. Man muss vorher nicht nachdenken, ob die Geschichte über ein Missgeschick wertvoll ist. Die Beziehung zueinander definiert, dass man nichts leisten muss, um einen Wert zu haben. Aber auftringliche Menschen sind ja in der Regel Fremde, Kollegen, Bekanntschaften. Menschen, zu denen du keine enge Bindung hast, die dafür sorgt, dass du gerne Zeit mit ihnen verbringst. Dass sie sich herausnehmen, dieselben Rechte zu haben, wie eine beste Freundin oder ein Bruder oder ein Partner. Das ist rücksichtslos und es ist etwas, was ich persönlich als Charakterschwäche verstehe, wenn es wiederholt passiert. Das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, steht für mich über dem Recht, sich mitteilen zu wollen. Ganz besonders, dass es immer Alternativen gibt. Niemand muss speziell deine Zeit bekommen. Wer wirklich ein starkes, drängendes Bedürfnis nach Mitteilung oder körperlicher Nähe oder Aufmerksamkeit hat, der muss sich die Menschen suchen, die all das geben wollen. Sich diese Leute zu suchen, ist die Aufgabe derer, die das Mitteilungsbedürfnis haben. Sie können nicht einfach durch die Welt gehen und erwarten, dass ihnen jeder zur Verfügung steht. Stille Menschen nehmen anderen in der Regel nichts weg. Sie wollen für sich sein und ihr Ding machen. Nur von wenigen Menschen erwarten sie auch mal gemeinsame Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe. Selbstverständlich müssen sie das dann auch zurückgeben. Es gibt durchaus toxische, introvertierte Menschen, die ebenfalls problematisches Verhalten zeigen. Aber aufdringliche, schamlose Menschen, die brauchen andere, um sich gut zu fühlen. Ihr Lebenskonzept basiert auf der Idee, dass immer jemand da sein wird und zuhören wird. Das finde ich persönlich deutlich schlimmer, als wenn jemand das Rampenlicht meidet oder mal eine Weile nichts sagt. Trotzdem, und das ist definitiv erstmal nur eine gefühlte Wahrheit, wird aufdringliches Verhalten von der Gesellschaft oder Gemeinschaft sehr viel eher akzeptiert. Ach, das ist Michael, der redet immer so viel. Ach, das ist Maria, die will immer überall die Finger im Spiel haben. Ach, das ist Frankie, der fasst immer alle so an. Ach, das ist Regina, die steht manchmal einfach in deiner Wohnung. Wer ruhiger ist, wird unfassbar schnell als krank abgestempelt. Und hey, klar, manch ein ruhiger Mensch hat tatsächlich eine psychische Erkrankung. Aber das ist von außen schwer bis gar nicht zu erkennen und vergisst halt, dass viele Introvertierte und Hochsensible nicht krank, sondern einfach nur sie selbst sind. Ich denke nicht, dass es uns als Gesellschaft gut tut, extreme Selbstdarstellungen in Verbindung mit Rücksichtslosigkeit immer irgendwie wegzureden. Aufdringlichkeit ist nichts, was einfach so dazugehören sollte. Am allerliebsten würde ich ruhige Menschen in Ruhe lassen wollen. Aber wenn es weiter so ist, dass Stillsein als kritisierbare Schwäche gilt, dann will ich wenigstens die Fairness sehen, dass das andere Extrem auch laut und deutlich kritisiert werden darf und wird. Aufdringlichkeit führt fast immer dazu, dass sich andere Menschen unwohl fühlen. Das ist also kein Fall von Leben und Leben lassen. Ganz im Gegenteil. Jeder, der mit einem oder mehreren aufdringlichen Menschen klarkommen muss, der weiß, was ich meine. Der Umgang mit aufdringlichen Menschen ist eine Herkulesaufgabe, die Zeit und Energie frisst. Da fühlt man sich in seinem Leben sehr schnell und sehr bedeutsam eingeschränkt. Und wer so jemanden mal losgeworden ist, der weiß auch, wie befreiend es sein kann, wieder nur mit halbwegs vernünftigen Menschen zu tun zu haben, die nicht erwarten, dass sich die Welt nur um sie dreht. Eine Sache noch. Es gibt einen Faktor, der zurückhaltende Menschen ähnlich betrifft wie aufdringliche Menschen. Ob das Verhalten, ob zu ruhig oder zu laut, als Problem wahrgenommen wird, hängt auch leider, leider sehr daran, ob jemand attraktiv ist oder nicht. Aus einem stillen Sonderling, dem man besser nicht so nahe kommt, wird der mysteriöse, schweigsame Typ. Alles durch ein attraktives Gesicht oder einen gestehlten Körper. Aus einer aufdringlichen Zicke, die lästert und mobbt, wird die charakterstarke Diva, weil sie nebenher modelt. Eine schüchterne Frau ist eine angehende verrückte Katzenlady oder ein süßes Mauerblümchen. Ein extromitierter Mann ist ein aufgeblasener Dummschwätzer oder ein beeindruckender Anführer. Ich weiß gar nicht so recht, was ich damit ausdrücken möchte. Ich gebe hier niemandem einen Freifahrtschein, darüber zu jammern, dass das eine Geschlecht es ja so viel leichter hätte als das andere. Ich will nicht auf Menschen rumhacken, die Vorteile durch ihre Attraktivität haben und ich will auch nicht weniger attraktiven Menschen einreden, sie müssten sich verstellen. Aber womit man an unserer Gesellschaft durchkommt, hängt stark vom Status ab. Neben der Attraktivität zählt da auch das Einkommen mit rein. Akzeptierst du aufdringliches Verhalten eher von einem Millionär oder einem Bürgergeldempfänger? Das soziale Standing wirkt ähnlich. Wenn ein ganzer Freundeskreis die aufdringliche Art eines Menschen akzeptiert, wirst du dann der eine Mensch sein, der Kritik übt? Oder gehst du davon aus, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat? Ich will jetzt auch nicht einfach sagen, wenn jemand aufdringlich ist, weise ihn oder sie einfach in die Schranken, ganz egal, wann oder wie oder wen. Das hängt, wie gesagt, vom Kontext ab und nicht jeder hat dafür das Selbstvertrauen. Oder auch das Temperament. Ich persönlich bin zunächst sehr nett zu den meisten aufdringlichen Menschen, weil ich sie eben für eine Zeit lang aushalte. Aber sobald Unhöflichkeit oder Lästereien ins Spiel kommen, werde ich dann auch sehr direkt oder mache einen Cut. Kann ich das jetzt jedem so empfehlen, nachdem das Thema doch so viel komplizierter ist als zunächst gedacht? Ich würde es eher so denken wollen. Menschen, die nicht nur etwas lauter sind, sondern aufdringlich und rücksichtslos, die nehmen dir etwas weg. Und nein, diese Formulierung werde ich auch nicht abschwächen. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und auch wenige Minuten deiner Aufmerksamkeit sind etwas wert. Du hast also jedes Recht, diese Minuten zu beschützen. Unabhängig davon, wie selbstbewusst oder wichtig die andere Person im ersten Moment wirkt oder sogar tatsächlich ist. Wenn andere das nicht verstehen wollen, dann ist das ihre Sache und nicht deiner. Jeder sollte die Bedeutung von Zeit und Energie kennen. Wer das bisher nicht gelernt hat oder seine Augen davor verschließt, dem fehlt etwas. Und es ist nicht deine Aufgabe, diese Schwäche auszugleichen. Welche Schlussfolgerungen und Maßnahmen daraus für dich entstehen, liegt bei dir. Inspiration habe ich bereits in einem anderen Video gegeben, das du hier siehst. Wichtiger noch, als vielleicht einen Daumen nach oben zu geben, ist bei solchen Videos, dass du deine Erfahrungen teilst. Denn wir sind hier nur eine kleine Gemeinschaft. Aber die Menschen, die regelmäßig dabei sind, die lesen auch die Kommentare mit und finden vielleicht den einen oder anderen richtig wichtigen Tipp, der sogar ihr Leben verändert.